Heute werde ich meinen Freund Mino abholen. Wenn wir dann meinen Freund Mino abgeholt haben, dann werden wir auch noch eine Fortnite-Challenge drehen. Und bevor das alles passiert, gehen wir nochmal essen. Vielleicht einen Döner oder eine Pizza, keine Ahnung. Und wir werden dann nochmal in die Stadt gehen, zu Saturn. Und werden mir dann einen neuen Controller holen, weil meiner ist leider kaputt gegangen. Wir sind jetzt angekommen, wartet da ein Fahrradfahrer. So, und jetzt ein Auto. Er freut sich, glaube ich, schon. Okay, die Tür war schon drauf. Hallo! Das ist Mino. Und jetzt fahren wir etwas zu essen, weil wir haben, glaube ich, Hunger. Hast du Hunger? Ich habe einigermaßen Hunger. Ich glaube, ich werde nicht allzu viel essen. Döner oder Pizza? Okay, dann Döner. Döner, geil! So, wir haben jetzt gerade gegessen. Luckily, wir fahren gleich los zur Stadt. Was würdest du dir eigentlich von Galeria kaufen holen? Weiß ich noch nicht. Ich bin ein Iglu-Mensch. Bist ein Neandertaler, weißt du? Es regnet, super Wetter, ne? Ja, man kann schön planschen. In der Pütze, ja. Wir fahren jetzt mit der Bahn, weil mit dem Auto kommen wir nicht so gut durch die Stadt. Dort ist immer Stau. Und deswegen fahren wir jetzt mit der Bahn. Wir sitzen hier gerade in der Bahn. Jetzt gehen wir hier gerade raus. Da wird die Bahn. Jetzt sind wir auch in der Stadt. Wir wollen jetzt halt einfach ein bisschen weiter touren, den Controller holen und für mich nur noch irgendwas bei Galeria kaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So, jetzt gehen wir erstmal zu Galeria Kaufhof und wollen dem lieben Kerl hier irgendwas bei Galeria Kaufhof holen. Oh, schön warm hier drinnen. Hier ist es schön warm. Wir sehen uns dann gleich, wenn Nino etwas gefunden hat. Ui, ein leerer Fahrstuhl. Nice. Guck mal, hier ist der Santi BOZ-Bär. Drückt, abonniert alles Santi BOZ. Alles Santi BOZ abonniert. Es ist kostenlos. Was willst du denn ungefähr haben? Pusche Tiro. Hast du schon Lama geholt? Galeria Kaufhof, sehr teuer. Kein Geschäft machen mit Galeria Kaufhof. Nur wenn ihr Geld habt. Sonst, nächstes Mal Spaß, kannst du ruhig was bei Galeria Kaufhof holen. Den Nerf, dein Ernst? Die hier. Ton Dekoro. So, was möchtest du dir denn holen? So eine geile Nerf, so eine Zombie-Nerf. Einmal 12er Patron. Und das geile Lama. Ich suche jetzt so meinen Controller von damals, der leider kaputt ist. Aber wir können jetzt eigentlich nur den gleichen, weil der gut für meine Hand ist. Wenn ich jetzt so ein bisschen durch den Laden gehe, was ich dachte, das ist genau der gleiche. Und den holen wir uns jetzt. Ich werde meinen alten Controller vermissen, aber du hast Leistung gedient, aber dann warst du kaputt. Das wirst du bereuen. Jetzt ersetzen wir dich. Ich hoffe, unser Vlog hat euch gefallen. Und ihr geht's nur nach dem ein, was wir jetzt in der Stadt gemacht haben. Und dir? Mir geht's auch ganz froh. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Lasst einen netten Kommentar von uns da. Wenn ihr mehr von ihm wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Und tschüss. Lasst ein Abo da und ein Like.